So, da bin ich wieder und ich habe es gefunden, man kann hier durchgehen. Okay. Und hier ist nämlich jetzt der Händler, wo ich das letzte brauche. Der läuft nämlich jetzt hier irgendwo rum. Ja, genau. Ja. Perfekt. Jetzt haben wir uns nämlich den letzten Gegenstand. Wie komme ich hier wieder raus? Oh, doch schon. Ich will hier wieder raus aus diesem Raum. Voll die Frame-Einbrüche. Ah ja. Und jetzt gehen wir mal zu ihr und holen uns den letzten Gegenstand. Und da habe ich alle. Hoffentlich. Da müsste nämlich jetzt noch eins fehlen. Weil das Auge haben wir. Was haben wir? Die Knochen, das Herz, das Auge, den Ring. Und da müsste jetzt noch eine Sache fehlen. Aber ich hoffe, das ist dann das letzte. Ach, die Niere, oder? Jetzt haben wir, glaube ich, alle Gegenstände, oder? Ja. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da noch eins fehlt. Aber was fehlt mir denn? Naja, warum ist denn jetzt denn... Und da, wie we sollen, wenn hier'. Ich beenden Sie entscheiden, oder? Wonach verd Oliveira impedance. Da hinten drin, oder? Ich mein một Eineетровfrontalignalgie doch nicht Wie ist das anderes? Also? Ichろige das Bautebolzen. Und da, wie sind wir in die Thanksgiving-Beaturpende? Ja. Oder bin ich mir? Was haben wir gemacht? Ich weiß, wo ich hier muss. Ich habe mir voll die Framer in Brüche. Ich weiß gerade nicht warum. Endlich haben wir jetzt zwei weitere Gegenstände. Ich hoffe, das sind jetzt alle. Ja, jetzt müssen wir zu Dracula. Welchen finde? Ich gehe mal komplett nach links. Vielen Dank. Ich kann hier eh mal sterben. 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 Ich bin schon wieder tot. Das ist so peinlich. Ich kann hier eh mal sterben. Ich kann hier eh mal sterben. Scheiße, ich wäre fast da gewesen. Ah, ja, ich mach mal einen Schnitt. Ich muss mir mal das Item eben tun. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ja, ich bin endlich weiter und zack. Gehen wir mal hier einfach weiter auf den Friedhof. Herz, hepp und hepp. Noch so eine Springoß, ja. Ah, ich weiß, wo wir sind. Hehehe. Gut, dass ich das noch weiß. Ich weiß. Ich weiß schon, wo ich hier bin. So, da haben wir jetzt alle Gegenstände. Ich glaube, da fehlt noch einer. Ich weiß, wo ich mir Lightbs всех bin. Ich weiß auch, wo ich dennige sind nach dem Internetverteinteilchen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber wir gehen zurück ich habe voll den scheiß gemacht ich war total falsch wir gehen jetzt nämlich mal zurück weil da gab es doch noch eine stelle wo ich hin muss das habe ich nicht mehr gewusst irgendwo hatte ich nicht mehr so einen kopf deshalb gehen wir da jetzt noch mal hin hier war das nicht das weiß ich wirst du so jetzt sterben weiß ich ganz genau ja ich bin gleich eh weg und tschüss so komm mach hin na verdammt hallo ich bin so tot so musst du draco da irgendwie schon endlich erreiche und finde wäre schon nicht schlecht ich war nämlich eben gerade auf der falschen spur vielmehr na jetzt bin ich aber auf dem richtigen weg es wird wieder tag jetzt komm mal hin ich weiß jetzt ungefähr was ich machen muss naja zurückgehen hatte ich nicht mehr so weit im kopf ich habe es echt einfach verdrängt er verdrängt ist genau das richtige wort ich finde diese flamme peitsche richtig geil okay kriege ich mal das hier irgendwoher was ich suche ich glaube mal schon weil soweit ich das beurteilen kann mir so mir so mir so Vielen Dank. Vielen Dank. Kein Problem. Mal erst mal heilen. Ja, genau. Oh, hier wollte ich hin. Ich werde ihn besiegen. Definitiv. Und ich fall noch da rein. Hi. Mensch Junge. Hast du überhaupt springen? Nee, ich glaube, dass er viel mehr verlernt. Warum sind die jetzt zu golden? Oh, Sumpf überqueren? Ähm. Hier. So, wo lang hier ist? Oben oder unten? Mhm. Okay. So, what do you think? Okay. So, wo's that? Okay. 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 So, wo's that? Okay. ok dann weiß ich wo lang hier runter ja dann haben wir es gleich alter ey was für ein spiel was für eine dumme sucherei ok einfach mal so dahin gestellt dann bin ich fertig endlich hier weiter ich hoffe ich muss hier lang wir sind kurs vorm ziel von daher gegenstände haben wir alle müssen ihn nur noch besiegen das ist das eine wechse weil was anderes fehlt mir hier nicht mehr ah hier sind wir wir müssen nämlich hier hin komm simon bring mich zu dracula ja ich bin da das wird spannend es ist mir in seiner festung ich habe echt mit schlimmeren gerechnet mit kassel wenn ja du selbst fest aber es war sehr kryptisch gebe ich auch selbst zu weil das fand ich nicht leicht das war echt richtig hart ist hier runter ich weiß auch wo der haust hier hoch ich muss darüber springen oder ich glaube hier unten ist er ich hoffe es weil dann wird es jetzt das finale ja hier ist es ich habe keine ahnung was mich erwartet echt nicht was ist das war's ich habe es geschafft legt mich ich habe das spiel geschafft so bettel das bettel hast du somit verloren aber ich habe kassel in der zwei seines fest geschafft geil ich wusste nicht wie der ging ich habe es probiert und schon geschafft alter hammer da steht jetzt nur noch wiederum ja wir haben den kampf gewonnen sind aber trotzdem gestorben ja das steht nämlich alles da im englischen aber es ist geil hat spaß gemacht es war sehr hart es war knackig es war zu rätselastig meiner meinung nach und ja es hat so echt einfach mich gereizt auf jeden fall wir haben jetzt kassel in der zwei seines fest geschafft als nächstes werde ich kassel in der drei draco das kurs spielen habe ich richtig bock drauf ja wird auch kommen aber erstmal denke ich werde ich die bearbeiten die ich jetzt gemacht habe zum spiel und ich musste echt meiner meinung nach zu vieles nachschauen aber ich jetzt hier bei dracula der hat überlebt im dritten teil wird er dann komplett vernichtet hoffentlich und ich bin stolz darauf das geschafft zu haben weil das spiel wollte ich eigentlich nie let's playen aber ich habe es jetzt durchgeboxt heute und jetzt ja das war es auf jeden fall danke fürs zusehen für das